hallo meine freunde ok hallo meine freunde und ja willkommen zu einem weiteren video von mir mit dem lieben yolo gamer was geht leute ich bin's jolo gamer und den lieben marcel der aber keinen youtube-kanal hat aber der jolo gamer673 also beim psn hat einen youtube-kanal auf jeden fall werde ich euch ganz oben in der infobox den kanal verlinken klickbait 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 auf jeden fall wir machen jetzt mal für mein erstes video für mein erstes rb6 video machen wir jetzt erst mal ein lockeres ranked spiel äh bleibt gesucht ich hab kein bar auf geisel ehrlich gesagt ist doch egal wir müssen durchziehen wir ziehen durch ich hab gesagt ich passt auf dem auf warte da ist jemand gewertet ist doch gut dann war klar dass jemand wieder schmucken wird ohne aber die wand zu machen aber das war kessel der war kessel wollte gerade wand zu machen ich hab ihn header gedrückt gleich ja das ist ja das ist normal digga das ist aber der arme alter er hatte nur so ein schönes leben auf jeden fall ähm leute wir haben also für leons kanal schon mal videos vorbereitet oder leon ja aber ich möchte das als erstes video mal so einen einstieg machen ich hab das ich spiel jetzt rb6 schon ein bisschen länger weil ich früher noch nicht so gern wollte du brauchst auch natürlich ein intro natürlich alles easy easy was du dir machen wirst ja weiß ich das kommt noch kommt noch ok also ich bin jetzt in der bar und hier ist keiner kommt rein kommt rein oder ist hier echt keiner ja pass auf fassen wir nicht raus das ist ja auch nicht heute schon bitte seid entdeckt soo hüpfen wir mal rein danke wieso haben die achso ich dachte blind ja die die ist noch da ich brauch sein glück ok hibana ja macht macht mal sprengt sie jetzt auch sprengt auf ach nee der ist gar nicht bei uns wir haben gespattet jo jo Wieso schießt der mich an, ehrlich jetzt? Ey, naja, okay, passiert. Egal. Egal. Passiert, dass er mich tötet, ist auch nicht immer das Beste. Er hat ja nicht mit Absicht gemacht, war nicht so gern. Er wollte halt den Kill. Und ich auch. Dann kann ich immer alles haben. Da, Moinsen. Ja, Moin. Schlafst du mal, oder? Jo, jo. Jo, jo. Aber diese Pings von den Gegnern, das ist schon ein bisschen Hardcore. Schau mal meinen Ping an. Ja, okay, 100, aber die 120, 101, 125, 140. Ich hab ja so gut wie eigentlich nie 100er Ping. Ich hab manchmal mehr, äh, weniger Ping, äh, ohne W, also ohne Langkabel, als mit verpassen. Ja, ich spiel ohne Langkabel, ehrlich gesagt. Ich spiel mit. Ich hätte die drei Headshots machen können, ne? Aber ich hab gedacht, da waren nur zwei drin, da hab ich halt nicht mal weiter geschossen. Ja. Ja. Max, nimm dir noch ne Weste. Ja, ja, mach ich auch. Und Marcel, du auch. Sorry. Was? Ich hab auch den Jujuk angeschossen. Mann. Ne, dieses rote Al. Nein! Was machst du, Marcel? Mann, ja, aber dann musst du auf der anderen Seite, olle. Olle. Amina, scheiß drauf. Amina, zicke, zacke. Wer ist? Lass offen, lass offen. Du wirst sowieso sterben. Stecken kommen sie. Ja. Wurde ich auf eins zu stellen und dann war's zu spät. Hab schon einen angehittet? Ist das Blackbeard? Nein, Mann. Hat der mich echt gesehen? Blackbeard. Ja, okay, Blackbeard kann ich nicht viel machen. Ja, ich hab dein Schild angeschossen. Okay, man sieht mich halt echt flüssig. Hätte ich nicht viel gedacht. Passiert. Naja, schön. So, dann gucken wir mal auf die... Wow. Lollig, Motsicht. Oben. Oder? Oh, lol. Nein, nicht oben. Doch oben. Sag ich doch. Ich bin ein Call-Mate. Ich auch. Und ihr willst was? Lol. Ja, lass die Leiche, lass... Nee, nicht, nicht, klar. Vor allem die Leiche, vor allem die Leiche, Digga. Warte, du brauchst, glaub ich. Nein, Doc. Nein, Doc. Nein, Doc. Nein, Doc. Tötet ihn davor. Den... Montage, komm. Hinter dir, Max. Ja, sorry. Ich hatte nur keine Chance. Ja, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Nice, 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 nice. Ja, gewonnen. Nein, die stabilisieren sie. Scheiße. Mist. Schade. Patekont noch ausgehalten, wir hätten es geschafft. Ja. Wollen wir da nach oben gucken? Passiert, passiert, Jungs, passiert. Kann man sich ändern. So, dann nehme ich jetzt das mal. So, soll ich mal das Letch nehmen? Ich weiß nicht. Ah, okay, das Letch ist weg. Tö. So, nee, ist halt wieder weg. Jetzt kannst du nehmen. Nein, noch nicht. Äh, Leon. Äh. Ich spiele momentanisch mit Glitch oder ohne Glitch? Ohne Glitch. Okay. Willst du Glitch spielen? Nein, ich weiß ja nicht. Willst du den Glitch spielen? Nein, nein, passt schon, passt schon, passt schon. Brauch's ja im Moment nicht. So. 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 Ich sage, die ging ganz runter. Sag ich. Wir haben vorne auf der Web Konsulat, das ist aufgenommen, ne? Unsere Videos. Ich weiß nicht. Wo war's nochmal genau? Konsulat, ne? Kann sein, ja. Ja, sie sind ganz unten. Ey, ich sag's auch noch. Ich hab meine... Ich bin's halt, ne? Ja. Wie kannst du es vor mir sehen? Ey, ich schwöre, ich check sowas nie. Leon, weiß noch was Ding letztens. Ähm, also letztens, vorhin. Wo ich einfach mit der Uzi Headshot gedrückt hab. Wurde, dass du dort bist. Ja, ich spiel so mit Max auf Haus. Auf einmal. Er schießt ganz normal durchs Fenster, weil er das Fenster aufschießen wollte. Emma, gib ihm sofort den Headshot. Das Drohnenloch. Ich wusste immer, dass er dort war. Ich wusste immer, dass er dort war. Einfach so rein, ja. Ich glaub, du kennst es ja, wenn du so ein Loch für Drohnen reingeschießen willst, ne? Ja, ja. Aber dann reportet dich gleich jeder. Ja. Boah, man kann nicht so langsam, ey. Ich hab jemanden gehört hier. Pass mal auf. Seid auch mal vor mich. Pass mal rechts auf. Ja, da. Was? Wie denn? Sofort der Headshot. Ich hab ihn einmal getroffen. Ey, ich will zum Glück oder ohne? Dann wird es ihn treffen. Du könntest ihn treffen. Oder so. Schön. Schön. Boden. Mal jetzt auch aus wie unsere Drohne. Ja. Jetzt komm mal wieder. Ja, jetzt komm mal wieder. Ne, Hauptsache ich kann einfach durchlaufen. Hö. 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 Hö Hö. 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 Die go** ist done, du sag. Special charge. Ja, Marcel, würdest du bitte helfen? Marcel, komm mal. Schade, egal. Passiert. Verlaufen sich nicht auf die Reise. Ja, passiert, passiert, passiert. Egal, Jungs, egal. Krasses Aim. Krasses Aim. Ich hasse Geld über alles, weil du kannst dir anschießen, verletzen, alles. Ja, ja. Oh, ich weiß, soll ich bitch-moven? Ich weiß nicht. Warte, geht ganz nach oben, geht ganz nach oben. Ich mach was, okay? Ich mach was, aber ich hoffe, es klappt. Uiuiui. Ich hoffe, es klappt. Oh, Mann, ey, ich hasse diese Leute. Egal, passiert. Ihr seid wohl AFK, Jungs, gell? Hey. Wir brauchen hier eine Wand, glaub ich mal. Oha, das... Ich verteilte mich ja wie... Ich hab' keine Ahnung was, Alter. Äh, ich hab' nicht... Hauptsache, ich kräfte die Drohne dreimal. Aber... Ja, ich kann nicht. Oh, scheiße, ich hab' grad voll verpennt, die Zeit. Mist, ich muss jetzt ganz schnell hin. Soll ich dir den anderen Gebäude rüber? Nein. Da bin ich hier mit grade. Ich hoffe, ihr kommt jetzt hier, Mutter. Wäre schön. Setting Barricade! Ich höre hier jemanden, ne? Ich kenne das Gefühl. Vor allem diese Musik. Kippe, mir wird zu gefährlich. Ah, okay, keiner kommt. Nee, die sollen das nicht. Nee, die sollen das nicht. Ich weiß. Leider. Ist das keine Drohne? Nee. Doch. Wow! Die Leckbeck kam sofort hinterher, Alter. Aber Montage ist angeschossen. Jo, jo. Da ist der Matz. Sturmfeuer. Oh. Oh Gott. Hä, wieso? Wieso verlieren wir? Ach so, ihr sagt mir halt nichts. Ach so, ihr sagt mir halt nichts. Boah, warte. Kann ich Montage? Oh, nee, warte, warte, passt schon, passt schon, passt schon. Nimm du Glas. Oder warte, nimm Montagne. Slash. Nee, nee, nee. Doch, nimm Montagne, nimm Montagne. Weil, wenn wir, wenn die Bedroom gehen, Bedroom vor allem, Schlafzimmer gehen, ähm, dann könnte ich, na, die können gar nicht, weil sie gewonnen haben. Egal, scheiß drauf. Scheiß, ich hab den falschen Operator gezogen genommen. Gezogen vor allem. Ah, ja. Aber Slash ist auch okay. Oh Mann. Ey Mann, wir haben getauscht. Ich sag, sie gehen ganz rund. Nee, ganz runter können sie auch nicht. Oh, ich bin so blöd. Ah, bug it. Bug it. Ne bug it. Das erinnert mich einfach das hier an den, ähm, was ich rede jetzt gar nicht mit mir selber, oder mit den Zuschauern. Das erinnert mich nicht an. Herr Barlin ist auch frei. CSGO. Nein, die sind, die sind so schlau. Strip Club, Strip Club. Die sind schlau, hau, was? Das kann gar nicht sein, die haben doch gewonnen. Doch, die hat, na, wir haben doch gewonnen doch. Doch. Weil wir haben doch alle gefickt doch am Anfang. Nein. Hey, nein. Doch. Die erste Runde war es nicht. Oder fast drei Kids gemacht hab. Nein. Wir sind, wir sind zu dritt. Ich will nicht sagen, ne, wir sind zu dritt. Und? Du bist, du bist Letch, ne? Ja. Komm, du ganz nach oben bitte. Warte. Ich koch. Boah. So risk. Ausgekommen. Okay. Nur mal nachgucken. Okay. Kommst du mit hoch? Ja. Okay, mal bitte aufschlagen. Ach, da ist gar keiner. Da seh ich das noch nicht. Äh, Leon, mal bitte hier aufschlagen. Äh, Leon, mal bitte hier aufschlagen. Ja. Komm doch schon. Nicht gleich. Jetzt. Zum Spaß. Oh, nee, ey. Frustmutter. Wow. Ich hab's nicht gesehen. Er liegt rechts, links, 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 links. Er ist weg. Zivier, 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 kommt hoch, Zivier, kommt hoch. Schlag doch. Oh, nee. Boah. Wo bin ich? Boah. Boah. Wo bin ich? Boah. 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 Mach auf. Hinter dir, hinter dir. Ich sag doch. Nein. Oh, nee. Ey, wieso kommt der? Genau, wenn ich werfe, ey. Ich hasse sowas, ey. Das ist so... Mann, ey. Ich hätt's noch machen können, ey. Ganz... Sowas muss aber immer sein. Vor allem, er ist nicht mal geblendet. Jo, jo. Egal, Jungs. Man kann nicht immer gewinnen. Ich steig jetzt wahrscheinlich auch noch ab. Naja. Passiert. Mit 6 Kills geh ich raus. Naja. Oh Gott. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen als erste Runde. Und ich steig wirklich ab, ey. Alter. Gold 2, ey. Nein, ich war schon Platin. 3. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.